Ja Leute, und zwar habe ich mal eines meiner TikTok-Videos genau hier an dieser Stelle aufgenommen. Das glaube ich kam raus im Oktober 2021 irgendwann, ich bin mir nicht mehr genau sicher wann, aber im Oktober 2021 auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und da stand ich genau hier an dieser Stelle und habe hier ein Video gemacht und habe das auf einem grauen Filter gemacht und habe halt dann einen Sound dazu gefügt, Leute. Und ja, das ist halt eine sehr geile Stelle und ja, ist echt immer cool, wenn man da vorbeiläuft, weil dann erinnere ich mich auf jeden Fall oft an die schöne Zeit und ich glaube, das ist bei euch genauso, oder? Wenn man einmal an eine Stelle vorbeiläuft, an der man sehr oft war und schöne Dinge erlebt hat, dann ist es doch immer wieder cool, an diese Stelle zurückzugehen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute?